Zellen in CQP hilft uns übrigens nicht nur, linguistische Phänomene zusammenzufassen, sondern kann auch eine Metafunktion haben. In Folge 6 hatten wir in einem Übungsbeispiel ja nach Progressives gesucht und uns dabei unter anderem auf Präsensformen für B beschränkt, unter anderem mit diesem Klammerausdruck. Und wenn wir den ausführen, dann bekommen wir 147.620 Treffer. Die Bedingung sagt, suche nach dem Lemma B und gib den Beleg dann zurück, wenn das Token außerdem mit VBB, VBD oder VBZ getagged ist. Vielleicht ist einigen von Ihnen aber auch aufgefallen, eine Bedingung in der Klammer ist möglicherweise überflüssig, denn das BNC Tagset sagt uns, dass VBB, VBD und VBZ nur für das Lemma B verwendet werden. Da kann also gar nichts anderes als B in der Lemmaspalt stehen. Wenn ich aber die HW-Bedingung weglasse, bekommen wir 148.049 Treffer, also über 400 Belege mehr. Ups, offenbar war die HW-Bedingung doch nicht so überflüssig. Solche, hä, wie kann das sein, Effekte, sind in der Arbeit mit Corpora übrigens auch nach Jahren Korpuserfahrung noch recht häufig. Und um solchen seltsamen Dingen auf den Grund zu gehen, kann man den Count-Befehl einsetzen, denn offensichtlich sind die 400 Extra-Belege mit einem anderen Lemma versehen. Welche das sind, können wir ja schnell feststellen. Count last by HW. Voila, vermutlich alles Tokenisierungsfehler. In diesem Fall trifft es wohl eher nicht zu, aber ob mich solche unerwarteten Treffer interessieren müssen, sollte ich immer überprüfen, indem ich mir die Belege ansehe. Und vielleicht haben Sie sich schon gefragt, was es in Frequenzlisten mit diesen Klammern und Zahlen auf sich hat. Wenn wir den Count-Befehl aufrufen, dann sortiert CQP die Ergebnisse im Hintergrund erst alphabetisch in einer Liste, bevor gezählt wird. Die Zahlen in Klammern stehen dabei für den Bereich, den das jeweilige Item auf dieser sortierten Liste einnimmt. Und diese Information kann ich nutzen. Mit dem Cat-Befehl kann ich die Belege für einen Bereich, der mich interessiert, auf dem Bildschirm anzeigen. Und zwar so. Cat, erste Zahl, dann die zweite Zahl, dieses Abschnitts, der mich interessiert. Mit Cat, 0, 4 würde ich mir also alle Belege für Art anzeigen lassen, also wie Where art thou, Jonathan? Mit Cat, 0 und 2, nur die ersten zwei davon. Und will ich mir hier diesen Beleg für Wahawas anzeigen lassen, also ein Beleg, der nur eine Zahl in Klammern stehen hat, muss ich diese Zahl zweimal angeben, also Cat, 1, 4, 8, 0, 4, 6, Leerzeichen, 1, 4, 8, 0, 4, 6 und Enter. Ein anderes und schon bekanntes Beispiel. Diese beiden Abfragen wirken identisch, weil für Round als Adverb laut Tagset nur das Post-Tag auf OP in Frage kommt, als Class-Tag natürlich ADV. Allerdings liefern die Abfragevarianten unterschiedliche Ergebnisse. Warum das so ist, sehen wir, wenn wir die größere Abfrage nach Post auszählen. Hier verstecken sich nämlich noch die Belege mit Ambiguitäts-Tags. Also sind genau genommen nur diese beiden Abfragen identisch, wenn wir bei der Suche nach Post-Tags reguläre Ausdrücke einsetzen. Wir sehen, Count ist ein sehr, sehr nützlicher Befehl, also nicht nur zum Auszählen von linguistischen Daten, sondern auch eine Möglichkeit zu prüfen, warum zwei oder drei Abfragevarianten, die wir eigentlich für identisch gehalten haben, doch unterschiedliche Ergebnisse liefern. Denn wenn ich Ihnen bisher immer und immer wieder gesagt habe, dass Sie Abfragen variieren und mehrfach stellen sollten, dann wollen und sollen Sie natürlich auch wissen, warum Sie unterschiedliche Ergebnisse bekommen, damit Sie einschätzen lernen, ob Unterschiede für Ihre Anforderungen relevant sind.